Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Letzte Nacht gab es einen Erdbeben. Ja, was ist denn da los, Lampi? In Stardew Valley geht der, geht der Steffler Bär. Ein Erdbeben hat dafür gesorgt, dass hier so richtig krasses Schiff passiert. Guck mal, wenn man hier den, wo Bürgerweißer Louis hat mir einen Brief geschrieben, das ist mir aber peinlich. Ich habe meine violetten Glücksschurz verloren. Ich sage dir das, weil ich dir vertrauen kann, wenn du sie findest. Bringen sie mir unauffällig zurück. Ich zahle gut, danke, Bürgermeister Louis. Alter, was los? Oh, wir haben einen Brief. Mario, das ist so peinlich. So, nicht doof? So, was geht ab? Ich gehe mal zu unseren Pupitos. Ich gehe ein bisschen Eisenbränen. Mario, Süßen. Oh, vier Eier-Olympi. Nein, vier Eier, warum vier? Ich habe keine Ahnung. Hast du die gestern nicht mitgenommen? Scheiße, ich höre mich. Oh, Mayonnaise. So, und die anderen Mayonnaise, sage ich immer. Da haben wir viel Kupfer. Ja, ne? Ich bin die ganzen Schleimung noch her. Ich mache mal eben noch ein bisschen Brennofen tun, zwei Stück. So, ich will ja nichts sagen. Also. Aber. Können wir heute mal so ruhig dick... Mal, das noch weg, das wieder weg. Dann würde ich sagen... Gehen wir heute mal zum Brecher. Zum Smidchen. Zum Geodenbrecher. Aber dafür muss ich meine Geode erstmal wieder mitnehmen. Heute ist der Mittwoch. Ist der nicht Ruhltag? Nee, Pierre hat Mittwoch Ruhltag. Der Lappen. Ja, der Lappen. Das genau. Okay, eine Geode habe ich noch und ich habe noch meine Multi-Geode. Guck mal da, Weintrauben. Kann ich die Weintrauben auch in das Fass reinstecken? Was denkst du? Hm. Bestimmt. Da können wir Weintraubengelee machen. Ja, man. I like. Das ist eins, ne? Oh, das hier wird doch, ne? Ja, das stirbt schon ordentlich. Aber hatten wir nicht mehr irgendwo Sachen? Ach, du tummelst dich noch auf der Farm rum? Cool, eine Cola gefunden in der Mülltonne. So, ich gehe jetzt zum Schmied. Ich bin schon unterwegs. Hallo, Schmiedchen-Schleichauer. Ich setze mir erst mal einen blauen Hut auf. Also blauen Hut auf. Blau Geode auf den Kopf. So, die Multi-Dings mache ich jetzt erst mal fett. Ein Jamborit. Oh, ich wollte direkt vom Kopf bestraft. Ich habe in der Kiste und was passiert? Boom. Ach, ich dachte, du wirst für den Blitz getroffen. Das fährst. Oh, ich bin noch vorbeigelaufen. Hallo. Ich muss auch noch mal hier oben kloppen. Ich gehe mal gucken, ob ich das Ding ja spenden kann. Raspere die normalen auf. Butzkohle. Oh, ein Jamborit haben wir ja schon. Aber wir haben noch keine. Keine Stein. Kohle. Keine Yarde. Hm, nice. Bin hier. Aburbanem. Ich will die zweite Yarde, will dich nicht spenden. Geh weg. Und 10 Eisen. Oh. Lobby, ich hing fest. Was ist los? Ich kann nicht auf OK drücken und er lässt mich nicht mehr raus, nachdem ich die Yarde jetzt gespendet habe. Stimmt, ich sehe, wie du die noch in der Hand behältst. Ja. Probier das auch mal. Okay, ich habe es abgelegt. Funktioniert doch. So. Was machst du? Hä? Was kann ich jetzt hier noch dem Museum spenden? Ich habe auch einen Kalkstor ein. Da ist er. Belohnung abholen. Füllt sich doch langsam. Was hast du denn gespendet? Lime Stone? Ein Lime Stone. Ein Kalkstein. Belohnung abholen. Eine Nacht auf dem Eco-Hügel. Ein Möbelstück. Oh. So, dann machen wir jetzt wieder schönes an dem heutigen Tag. Ja, das ist schon wieder um eins. Wir können auch ein bisschen Eisen processen, dann können wir unsere Spitzhacken müssen dringend verbessern. Okay, dann haue ich die Weintrauben in die Fässer rein. Du brauchst auf jeden Fall noch deine Kupfer. Ja. Dafür haben wir noch nicht genug Geld. Nein. Aber das ist ja nicht das Problem. Dann bin ich noch genug Kupfer. Sicherlich ist das. Oh, warte mal. Dann brenne ich nämlich den ganzen Shit eben mal. Nach und nach. Alter, das ist hier rüber. Dann bin ich noch Monsieur Eisen. Und Musikgefähr. Ja, pack ich mal richtig schön da rein. Jawohl. Nice, oder? Was soll ich denn hier noch eigentlich? Den kann ich dann verklöppeln? Klöppen, 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 klöppen. Alles verkaufen hier. Mann, 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 Mann. Das kommt wieder ordentlich Kohle. Oh, wir können unsere alten Käsemässer verkaufen, wenn du Bock hast. Silbersäbel. War ich noch eine Waffe dabei, die du cool findest? Nö, eigentlich nicht. Dann können wir die alle beide verkaufen. So, Mensch, mitzi. Können wir die verkaufen? Hast du dir die Belohnung aus dem Museum geholt? Natürlich. Nein. Könnte ich auch direkt mal aufhängen. Wenn ich mir auch tun, dann gehe ich zur Adventural Guild. Dann sag dem Onkel dann mal, hey, gib mir das. So. Gib mir was? Das Geld. Gib mir das Geld. Hast du die Hühner heute rausgelassen? Nee, ne? Nein. Dann wird es ja dunkel. So, Mayonnaise. Mach mal früher. Nicht, dass die Hühner wegfliegen. Was willst du jetzt bei der Adventure Guild? Was willst du da machen? Nur die Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Wie zum Beispiel unsere Zwille, die zwei Schwerder und meine alten Boots. Das Boots. Alles klar. Dann warte mal auf mich. Dann komme ich direkt mit. Ich habe die Zwille, die zwei Schwerder habe ich auch ausgewählt. Oh, nimm mal noch eine Hacke mit. Eine Hacke? Ach, wegen Regenwürrern, ne? Mhm. Ja, wir bräuchten auch neue Köder tatsächlich. Aber Köder kann man herstellen, ne? Höder können wir später herstellen, ja. Köder können wir später herstellen. Höder. Hallo. Da hat er schon wieder eine Bäre auf dem Kopf. Na, freilich. Ich habe mir meinen Kopf damit geschmückt. Ich bin jetzt, ähm... Eine Weintraube. Nee, ich bin jetzt hier irgend so der Gott der Sexualität. Ah, 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 ah. Alles klar. Da, guck mal. Guten Tag. Wutz. Ich bin jetzt richtig schön in dem Leben rausgeklüppelt. Abenteuerbilde kann man also die Gegenstände auch wieder verkaufen. Yep. Und vielleicht haben die ja noch was Schönes für uns. Was Spannendes. Was zum Spielen. Und Schokolade. Aber warum war die Info jetzt da, dass es letzte Nacht ein Erdbeben gab? Das zeige ich dir sofort. Gehen Sie erst mal rein. Sagen wir hier, Bro. Ich möchte meinen Crabble verkaufen. Komm wieder, wenn du mir was dazu eigenes gibst. Explosive Munition. Feuere sie mit einer Schleuder ab. Okay, wir können unsere Schleuder übrigens nicht verkaufen. Aber es gibt explosive Munition. Das finde ich schon wieder lustig. Jupp, ich seh's gerade. Alter, Kampfstiefel. Plus drei Verteidigung. Holzhammer. Erntemesser. Pyronswert. Wollen wir, ich gucke eben. Wie viele hat ein Mainzwert. Mainzwert hat. Ne, ich kann nicht nachgucken. Mainzwert hat 18 bis 35 Schaden. Alles klar. So, ich bin Schade. Gut, ist vorbei. Schade. Ah. So. Na gut. Schade, 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 Schokolade, ja. Ich dachte jetzt, so wir aufs jetzt hier mit Explosive Munition auf mich. Nein. Ja. Wollen wir die halbe Stunde jetzt mal noch in die Mine runtergehen? Vielleicht was rausholen? Ja. Ein bisschen Eisen. Eisen, Eisen. Seisgeweisen. Eisen vor Eisen. So. Oh, ja. Fink gut an. Nice. Oh, fink gut an. Oh, Freunde. Was geht? Da wird der schleimige Slade. Hier ist echt kalt, Mann. Oh, Zeit, Mann. Gibt's die Heizung? Oh. Wir sind beide nicht da durchgekommen. Wir sind beide zu dick. Ja. Diggery Doodle. Achso, ich wollte dir doch eigentlich zeigen, was da los ist. Was ist das da? Geht's ja lang? Nee, da geht's nicht lang. Alter. Ja, kann man so richtig schön ernten. Ah, hier, guck mal, ist ein Leiter direkt. Aber ich geh nur dran vorbei. Hier, ist noch ein Rucksack. Hm. Da war Kogel drin. Ich geh jetzt auch noch an die Treppe. Zu der Jada aufgesammelt. Ja. Frech. Wow, wow, wow. Okay, kommt mal her. Ehengeist? Ja. Ghostbusters. When something strange in your neighborhood. Hm. You gotta call. Solar ist, wenn's hat er gegeben. Oh, ich bin angeschleimt. Geh weg. Oh, Treppe, ihr hunden. Viecher hier. Na gut, ich würde sagen, wir gehen schnell noch runter. Vielleicht kriegen wir noch bis zu 55. Wenn du eine Treppe hast, klar. Ist nicht gerade einer erschienen? I don't know. Ja, hier, hier, bei mir. Oben links. In der Medi... Ist das Wort? Oh, da kommt er direkt an der Hand. Willf aus dem Maul. Hier, wir haben den nächsten Treppe. Nice. Ja, ich hab noch Tierchen bei mir im Moment. Ja, ja, das ist cool, das ist cool. Wir müssen doch sowieso hier noch gucken. Und nicht, dass hier irgendwas Besonderes da gibt. Das ist auch eine Treppe. Oh, tschau. Wir müssen doch gucken, dass nichts Besonderes da ist. Zack. Eisen. Ja, ja, Treppe, 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 Treppe. Tschüssi. Tschüss. Wo ist denn das hier Schönes? Pisse dich mal hier, du Geist. Guck mal, wenn ich dich roh heiße, dann sollst du die Fresse halten. Ein Diamant, Alter. Ich hab ein Dia geholt. Hä? Was ist denn hier los? Golderz. Solar Essence. Ja, okay. Wollen wir wieder raus nach Haus? Raus nach Haus? Ja, wir sollten raus nach Haus. Okay. Es regnet ja noch, stimmt. Lul. Lalal. Lalal. Guck mal, ich bin Jimmy Neutron. Ich stehe nach Hause. Na, du gibst hier, wo bleibst du? Ich bin hängen geblieben. Schnell ins Bett, schnell ins Bett, schnell ins Bett. Ah, noch ist Zeit. Nein, jetzt hab ich die Wurzel gegessen. Mann, ich wollte den Fernseher anmachen. König der Soßenwiederholung, schade. Ja. Ich bin ein Bettchen. Juhu, ich auch. Fischen, Stufe 3, eine Ange, Fiktivität. Krabbenräuse und Matrosenteller. Alter. Das gab gut Geld. Kigariki. Kigariki. Jawohl. Israel, da kannst du dir heute... Oh. Was ist hier passiert? Hier sind Sachen eingegangen. Hier sind Melone eingegangen und so. Ah, das war vom Sturm. Ja. I don't like it. Und nicht nur das. Ein Weg ist auch kaputt gegangen. Ja, ich hab's hier gesehen. Zwei Wege sind kaputt gegangen. Einen davon hab ich aufgesammelt. Oh, Brief. Hey, Luigi. Ich hab einen Artikel über dich an der Zeitung gesehen. Sieht so aus, als wärst du als letztes Leben gut für dich. Ich bin so stolz auf dich. Pass auf dich auf, mein Schatz. Alles, liebe Mama. Mama. Mama, Mama. Mama. Hat der Sturm seine ersten Opfer gefordert? Hast du noch Eis in der Tasche? Jawohl. 19 Stück. Mein Freund, ich bin aber grad beim Gießen. Jo, jo. Wo? Das ist so scheiße. Auf jeden Fall kannst du dir schon deine Kupferspiels vorgetun. Wo? Nein. Soll ich dir mal das Eisen rauswerfen? Dankeschön. Oder hab ich das jetzt wieder auf wie so meine Käfte aufloben? Hahaha. Lalalalalalalalalala. Alter, wie du hier durchsleidest, das sieht ja richtig witzig aus bei mir. Achtung. Ey, jetzt sieht aus, als ob du gerade gekackt hast bei mir. Ohne Mist. Wirklich jetzt. Entschuldigung. Das darf doch auch mal sein. Ist ja gerade irgendwas explodiert. Ja. Nein, hier ist nichts explodiert. Keine Sorgen. Das klang mal ganz kurz so. So. Alles gegossen. Soll ich den Diamanten verkaufen oder soll ich den spenden? Ich glaube, spenden war cool. Okay. Wird er jetzt das Eisen mal fertig? So, wie viele Steine haben wir denn? Steine? Ja, Steine. Um noch ein paar Wege zu zimmern. Ich gucke mal allgemein, was die Herstellung noch hergibt. Ich würde sagen, wir gehen mit und du schnappst hier ein bisschen Kupfer und dann gehst du deine Hackelhacken auf Bäsern. Warte mal, 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 warte mal. Zwei Kupferbahnen und 40 Holz bräuchte ich mal. Jo. Kupferbahnen haben wir. Ja. So, ich habe da noch eine Idee. Noch ein Harzammler und dann gucke ich mal, wo ja ein Ahorn steht. Wenn wir die nicht aussehen, alle abgeholzt haben, ne? Ne, ne, ich glaube, hier steht noch einer. Das könnte rein theoretisch einer sein, weil mit Ahorn Sirup können wir ein Bienenhaus bauen. So wie viel Kupferbahnen brauche ich, um was aufzunehmen? Meine Spitzhacke sollte ich aufwerten. Fünf. Okay. Ah, schon fünf? Ich habe noch sechs, glücklicherweise. Ah. Also wieder einmal in die Stadt gerammelt. Auf zum Schmiedchen. Schmiedchen Schleicher mit den elastischem Hammer. Was? Ja, ja. So war es jetzt nicht gemein. So. Diamant spenden, ja. Hm? Ein Werkzeug verbessern, bitte. Und zwar die Kupferspitzhacke. Alles klar, hat er eingesteckt. Hat ein Diamond. Ein Diamant. Ein Diamant. Das ist russösisch und steht für euch, liebe dich. Echt. 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 Schlund aufgerissen. Echt. Das Ding einfach reingestopft. Echt. 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 Ich müsste unsere Krabbenräusen mal wieder befüllen. Oh ja. So, mal gucken, was ich hier machen kann. Ein Eisenbarn brauchen wir auf jeden Fall noch. So, ich habe, warte mal, ich habe viermal gemischte Saat. Ich ersetze mal die Felder, die jetzt hier ohne sind. Mit Mixed Seeds. Hast du zufällig noch zehn Feldermostflügel? So, rein zufällig müsste ich zehn Stück noch haben, ja. Warum? Ähm. Ich brauche noch zehn Stück fürs Buch. Alter, ich will nicht den dummen Edelwicki essen. Was ist los mit dir? Oh. Jetzt habe ich die Verbindung beendet. Verdammt. Was? Gar nicht. Doch. Hoffnung. Nein. Nein. Na, wo sind denn unsere Fledermostflügel? Oh, ich habe ja noch drei Pols für dich. Zack. So, ich sehe dein Dingsi nicht mehr. Mein Dingsi? Ja. Deine Farm sehe ich nicht mehr. Aber wieso das denn nicht? I don't know. Wo sind die ganzen Fledermostflügel hin? Was hast du damit gemacht? Ich hatte nur die verkauft, die ich bei mir hatte. Glaub ich. Dann hast du, glaube ich, alle verkauft. Hm. Blöd. Na ja, egal. Dann später. Siehst du meine Farm jetzt wieder? Ja. Ich bin auch sofort wieder da. So, ich habe noch mal ein paar Köder hergestellt. Zack, zack, zack. Ich guck mal, wie es unseren Pokitos geht. Mhm. Ich kann ja heute mal wieder raus. Es ist schönes Wetter. So, hinaus mit euch. In die Frühe rein. Ah, nein. Vor der Tor zu machen. Oh Gott. So. Wie konnte ich ein Heu rausnehmen? Ein Grill? Nein, wie ich Heu rausnehmen konnte. So, einfach an das Ding geht und ich drücken. Ach, jetzt. Jetzt war das ja. Da mussten wir richten Gegenstand ausrüsten. So. 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 Ich bin viel der, die ich mich jetzt einmal an tue. Aber wir brauchen mal, wir brauchen noch ein neuer Scarecrow, glaube ich. Ja, mietekake, das ist doch cool. Die Träne, äh, gefrorene, die Träne. Ein gefrorene Träne kann ins Buch. Okay. Was hast du denn jetzt noch gemacht? Warte, warte mal, du bist unterwegs. Ich brauche noch 50 Holz. Ich wollte sowieso gerade einen Baum fällen. Nö, nö, alles gut, ich habe Vogelscheuche noch gebaut. Ich habe gerade ein Hofbuch aktualisiert. Weil? Weil ich jetzt eine Vogelscheuche das erste Mal gebaut habe. Oh. So, hier. Da sieht man auch den... Ich verstehe dich manchmal schlecht, aber das ist nicht das Problem. Sorry. Ich weiß nicht, ob es du ist oder ob es ich bin. Hat er sich nicht. Gut. So, Soundqualität soll jetzt nicht merklich schlechter geworden sein, aber vielleicht haben wir uns so besser. Äh. Schon. Was tun wir jetzt? Na, der Tag ist fast rum. What the fuck? Wie war's drin? Wie das bei mir aussieht. Du bist... Leggedy. Ja, Leggedy, Leggedy. Oh, aber richtig Leggedy, Alter. Wow. Wow. Okay, du bist eindeutig vom Geist besessen. Wirst du dir bei mir unbedingt dann angucken. Äh. What the fuck? Öfter. Okay, dann lass uns ins Bett gehen. Gehens. Bett, die Bettchen? Bett, Bett. Was ist jetzt los? Ich weiß es. Es ist ein Bett. Bett. Scheiße. Ja, liebe Leute. Ähm. Dann schau wieder in der nächsten Folge und rein. Lass uns einen Daumen da. Dann... Sehen wir uns auch mit freudiger Erwartung beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Stadio Berlin. Ich sage, macht's gut. Und tschüss. Bis dahin. Tschüss.